Die Hopfach 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 Was ich auch gemacht habe, deswegen steht der hier, ich habe das Verteilen vom Mist hier zum Komposter deaktiviert. Das war doch ein bisschen sehr kostenintensiv, will ich es mal sagen, weil doch die Strecke einfach ziemlich weit ist. Deswegen habe ich den Wagen hier jetzt auf ein paar Runden geschickt. Der hat uns jetzt eben, ich weiß nicht wie viel Mist, schon ins Lager gefahren. Das soll jetzt hier erstmal die letzte Tour sein, dann würde ich gleich nochmal ein bisschen Kompost verteilen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, wir machen hier aber jetzt mal den Abkürzungsrun hier einmal quer durch, damit wir hier schneller sind. Ist eh abgemäht, die Wiese, ungehört nicht uns, also egal. Ich glaube, wir müssen nicht hier irgendwo rein. Ja, guck mal, genau getroffen. Ja. Dann fahren wir diesmal so rum. Oh, ins Lager. Ich wollte gerade sagen, mach das bloß nicht über den Kornschieber, sonst kriege ich einen Anfall. Okay, 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 okay. Das ist jetzt ein bisschen... Aber es geht. So, dann müssen wir gucken, Gewächshaus 01, Gewächshaus, nee, Obstgarten braucht es, Kompost. Ja, ich würde sagen, wir teilen wieder ein bisschen auf. Wir müssen einfach gucken, wo brauchen wir was, wo schmeißen wir was hin. Und ich hoffe mal, dass wir eben bald unsere, äh, unser erstes Stroh haben, damit wir hier mehr Kompost produzieren können. Weil nur mit dem Mist, äh, wird es doch alles ein bisschen sehr eng, habe ich das Gefühl. Gut, wir könnten rein theoretisch jetzt Mist auch in die Gewächshäuser reinpacken. Aber das will ich nicht. Ich würde gerne auf der Kompostbasis bleiben. So, jetzt weiß ich nicht, welches ist das Einzel. Ich vermute mal das hintere. Äh, Gewächshaus 2. Äh, äh, er wird aber auch brauchen, der kommt. Wir machen wieder halbe, halbe. Was wir da klar jetzt nicht haben, äh, sind die, die, äh, Obste, Obste, sagt man das, äh, aus dem, aus den Gewächshäusern hier, die wir oben bei der Marmeladenfabrik brauchen. So, jetzt machen wir mal hier auf rechts kippen. So. Und die müssen wir dann entweder, ja, holen wir dann mal den, äh, Wikitruck hier rüber. Oder wir machen irgendwann, wenn wir mit den Paletten so, äh, mit den Paletten, sag ich schon, mit den Ballen so weit sind, äh, dass wir dann eben... Äh, gut, der ist erst im Rheinsberg, äh, dass wir dann, dass wir dem LKW machen können. Also, was ich jetzt machen möchte, ist erst mal gucken, dass wir die Mission abschließen können. Wir könnten aber auch mal noch schnell, äh... Äh, den da, äh, schnell arbeiten lassen. Da machen wir auch einfach einen Curseplay-Kurs. Äh, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, dann packen wir den Rest vom, äh, von der Silage erst mal bei uns ins Lager. Damit wir einfach nicht diese langen Wege haben, um da ständig hoch und runter zu fahren. Weil das dauert halt doch, äh, ganz schön lange. So. Dann geht das hier nach oben. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir... ...die Gewächshäuser irgendwie am, äh, Laufen halten. Irgendwie müssen wir das hinbekommen. So, 163 läuft, ja. Ja. Das haben wir gut abgepasst diesmal. So, ja, guck mal, er ist wieder da. Wir werden jetzt hier zwar den wieder komplett voll laden, aber beim Abladen, äh, werden wir dann, äh, Ballen für Ballen irgendwie da reinschmeißen. Damit wir ja nicht zu viel, ja, wobei, wir können eigentlich trotzdem, doch, wir können alles abladen. Ähm, dann wird uns halt ein bisschen Geld gut geschrieben. Ist ja auch kein Problem. Wir wollen die ja eh irgendwann verkaufen. Ja gut, dann machen wir das einmal voll. Dann geht das ab, die Post. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen an der Fabrik arbeiten heute. Also an der Marmeladenfabrik und, äh, möglichst die beiden Missionen fertig bekommen. Wobei das Düngen, äh, sollte kein Problem sein, so wie das aussieht, wenn wir jetzt schon bei 40 Prozent sind. Ja, ich denke mal, dass wir hier schon mal gutes, äh, Geld noch so nebenbei bekommen gleich. Geht noch was? Gut, äh, dann kann der wieder Abflug machen. Oh Gott, Gott. So. Und, äh, ja, der ist fleißig unterwegs. Da vorne, das müsste eigentlich schon die Marmeladenfabrik sein, glaube ich. Das sieht gut aus. Dann würde ich nämlich sagen, äh, wir... Ja, gut, ist auf Euro-Paletten eingestellt. Perfekt. Müssen wir gucken, das mit den Spanngurten, äh... Teilen hier hin und her, äh, wuppen lassen. Aber das, äh, will ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Da steht eine Palette. Na gut, Spanngurte gehen. Sehr gut. Äh, da müssen wir dann mal gucken, welche das sind, äh, was für Produktionen wir dann wieder ans Laufen bekommen. Und da müssen wir halt immer mal wieder hier längs fahren. Ist ja... Jetzt nicht so das große Problem. Und hier mal Paletten einsammeln. Und ich finde, dafür ist der... Der kleine Rigi-Truck hier... Ideal. Kommen wir hier hinten rum? Na, gucken wir mal. Selbst das schafft er. So. Das war's. 40 Pflaumen und Birnen haben wir. Dann würde ich sagen, einmal rein in die Fabrik. Na, ledert die nicht vom Anhänger ab. Hier. Ist der zu hoch? Ach doch, nee. Geht. Ich hab nichts gesagt. So. Oh, guck mal. Guck mal. Erd... Nee, Blaumarmelade. Was haben wir hier? Wir haben wirklich schon Marmeladen hier. Cool. So, jetzt ist die Frage. Wo können die hin? Was bringen die an Geld? Müssen wir die überall zur gleichen Stelle bringen? Fragen, überfragen, überfragen. Wo sind die Marmeladen? Marmeladen? Ah ja, hier. 3, 4, 39, 3, 4, 70. 3, 4, 88. Familie Meier zum Beispiel. Okay, Kirschmarmelade ist ein bisschen weniger. Äh, 1987. Also da müssen wir wirklich ziemlich sortieren, weil es sind doch sehr viele hier. Müsste man vielleicht sogar diesen Sell-Price-Trigger mal mit raufnehmen hier als Mod. So, guck mal. Der ist bei 97%. Schaffen wir ja. Schaffen wir. Komm. Na. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Wollte gerade sagen. Mach keine komischen Sachen. So, 98%. So, jetzt muss er hier noch reinfahren. So, es bleibt spannend. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Sillage wir da übrig behalten werden. So, jetzt bin ich auch am überlegen, ob wir jetzt einfach schon mal die Marmelade einpacken sollten und die erst mal zu uns ins Lager bringen. So, fertig. So, dann kannst du nach Hause kommen. Der ist gleich oben, das heißt, da haben wir die Mission auch gleich fertig. Perfekt, perfekt. Dann schlagen wir mal kohlemäßig noch ein bisschen zu. Hier auf dieser tollen Berg- und Talbahn ist doch ideal, um ein Bilduhr zu machen. von diesem tollen LKW. So, so. Jetzt müssen wir da nur wieder irgendwie hochkommen. So, komm. Und weiter geht's. Im Grunde könnten wir danach auch direkt in den Juni vorspringen schon. Wir haben dann, glaube ich, erstmal nichts weiter zu tun. Die Produktion können dann erstmal produzieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Ja, das würde ich sagen. Ich sammle nach dieser Folge, weil wir eh schon wieder eigentlich am Ende für heute sind. Ich sammle die Ballen noch alle ein. Und ich werde dann auch nach dieser Folge jetzt das Update geben. Das heißt, ich bin jetzt dann dabei, das neue Save-Game zu basteln. So, oh, guck mal. Geld. Geld, Geld, Geld. Also, das wird eben dann noch eine wenige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen habe ich jetzt doch ein paar mehrere Folgen im Voraus produziert für euch. So, irgendwie ist das hier ein bisschen laut. Ich muss hier gerade mal kurz weg. So, wir kassieren aber noch die beiden Missionen hier. Zack, zack. Jetzt haben wir nur noch Ballenpressen drin. Wie das mit dem neuen Save-Game sein wird, müssen wir dann gucken. Aber guck mal an, 153.000 Euro. Besser kann es doch nicht gehen. Ja, hier, das läuft alles. Die Füllstände von den Bäumen, so werden, na klar, dann auch mit dem Save-Game übernommen. Aber das ist ja im Grunde genau das gleiche, wie wir es schon kennen. Also, ihr Lieben, da würde ich sagen, das war's für den Moment. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.